Moin, heute 60 Sekunden mit Burkhard Zander mit ein paar Worten zu dieser neuen Kategorie Blickwinkel. Moin, ich möchte Ihnen kurz vorstellen, was wir Ihnen in den 60 Sekunden Videos zeigen möchten. Sicher ist Ihnen schon unser neues Newsletter-Design aufgefallen. Der Grundgedanke soll derselbe bleiben. Spannende oder neue Themen werden kurz und präzise hier im Newsletter zusammengefasst. Und wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie sich den ausführlichen Blogartikel durchlesen und natürlich auch immer gern mit uns in Kontakt treten. Und genau dazu dient auch die Kategorie der 60-Sekunden-Videos. Von kurzen Präsentationen über Software-Updates, neue Gerätevorstellungen, interessante Befunde von Kollegen bis hin zu Tipps und Tricks für den Praxisalltag. Das alles werden Sie hier in den kommenden Monaten in spannenden Beiträgen auf das Wesentliche reduziert finden. Wir wünschen Ihnen also weiterhin viel Freude mit unserem Newsletter. Bis demnächst.